Behold, Merkel-Raute, let's go! Seht an, Italien! Demokratie! Ach du Scheiße! Morgen Leute, erstmal aufstehen, raus aus den Federn. Hallo Leute! Kannst du mal aufhören, meine Sachen zu klauen? Ja hallo, mein Name ist Felros Whistlewonder. Ich bin Druide und ich bin ein Waldgnom. Eigentlich habe ich nie mit anderen Wesen zu tun. Ich glaube, deine Eltern hassen dich. Spontan, spontan spawnde Barrieren. Warum habt ihr alle so Probleme, Alter? Miau. JET! Aua, au! Ah, yes, ah! X-Men, ah! Ich kann eure Gedanken lesen. Ja, ich sehe die Zukunft. Ah, eine Aspirin wäre nicht schlecht. Droide, zauber mir eine. Was ist denn? Nein! Gimmelbock, Digga, dich kann nicht treten, Junge. Du bist ein Fußball. Warum bin ich jetzt im Runden? Oh, bitte einer wird in den Knopf drücken. Schlesi? Da hinten ist ein Knopf. Schlesi? 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 Was da gerade drin ist, bitte diesen scheiß Knopf, der die drücken. Warum sind wir im rundenbasierten Modus? Was denn? Nicht so aggro erstmal, danke. Zweitens, möchtest du den Leitfaden des Beobachters? Bist ein Dolch. Ich habe das Gefühl, wir sterben gerade. Ich habe das Gefühl, ich bin tot. Ich will, dass mir keiner dazugehört hat, dass er diesen scheiß Knopf drücken sollte. Seht ihr das auch? Deswegen kann ich nichts ausrüsten. Seht ihr das auch? Ach man. Hör doch mal auf, mich aufzuschmeißen. Ich kann nichts machen, du bist in mir. Ja, weil du, warum hebst du mich denn hoch? Ich kann mich nicht. Hör doch mal, lass mich runter. Ich kann es nicht. Lass mich runter machen. Könnt ihr aber die Fresse halten, ich versuche mich jetzt zu enthalten. Ist das nur bei mir, dass Felix unter mir ist? Ich sehe das auch. Was um Arschens Willen? Was ist denn kaputt? Er hat mich hochgehoben. Wow, jetzt bin ich weg. Lass mich einfach weg, Teleportier. Wo ist mein Kalt? Jetzt bin ich auch gewohnt. Oh mein Gott. Ich dachte, ihr habt den Knopf gedrückt. Ich dachte, ihr habt den Knopf gedrückt. Ich dachte, ihr habt den Knopf gedrückt. Ich dachte, ihr habt den Knopf gedrückt.